hallo liebe rentnerinnen und rentner in ganz deutschland bitte schauen sie mal heute auf ihre konten das rentengeld muss gezahlt worden sein oder zumindest bis heute abend 23 59 auf ihren konten landen mein name ist peter knappe ich bin rechtsanwalt und rentenberater von renten bescheid 24 die ja meine damen und herren wir haben heute den 31 10 2024 ich sitze gerade im auto und genieße den feiertag in sachsen anhalt stehe hier gerade so ein bisschen im stau rum und da denke ich mal ich werde ihnen noch so eine kleine abschiedsbotschaft für den zum letzten tag des monats oktober 2024 überbringen ja gucken sie doch bitte einfach mal auf ihre konten liebe rentnerinnen und rentner ist das geld schon eingezahlt ist ihre rente schon da hat die rentenversicherung den gesetzlichen auftrag erfüllt und hat ihre rente entweder vorschüssig oder nachschüssig entsprechend den gesetzlichen regelungen schon überwiesen würde mich freuen wenn sie einfach mal nachschauen und gucken wenn der ein oder andere seine renten sein rentengeld noch nicht erhalten haben sollte und heute nicht erhalten wird aus welchen gründen auch immer dann bitte nicht den kopf hängen lassen sondern sie rufen dann entweder heute noch oder morgen am ersten elften die rentenversicherung an und fragen nach was da los ist der ein oder andere rentner der eine deutsche rente im ausland bezieht der könnte probleme tatsächlich bekommen wenn er nämlich die lebensbescheinigung für dieses jahr 2024 noch nicht eingereicht hat kann es sein dass die rentenzahlung eingestellt wird aber wir hoffen dass es nicht so weit kommt rente ist wichtig ja wir brauchen dass sie brauchen das geld zum leben ganz klar und deshalb ist eine pünktliche zahlung extrem wichtig also meine damen und herren das soll es gewesen sein davon ich wünsche ihnen wie immer eine rentenstarke woche schau wir sehen uns wieder am ersten elften 2024 ihr peter knöppel